Willkommen zum Video über Twincent Terrassendielen von RP Bauelemente. In diesem Video werden wir uns die Vorteile und Eigenschaften der Twincent Terrassendielen genauer ansehen. Twincent Terrassendielen sind eine großartige Wahl für alle, die eine langlebige und wartungsfreie Terrassenlösung suchen. Sie bestehen aus einem einzigartigen Material, das die Vorteile von Holz und Kunststoff kombiniert. Wir werden uns die verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen der Twincent Terrassendielen ansehen, sowie ihre Installation und Wartung. Lassen Sie uns also loslegen und uns die Twincent Terrassendielen von RP Bauelemente genauer ansehen. Twincent kombiniert die Haltbarkeit von Kunststoff mit dem warmen Aussehen und der Griffigkeit von Holz. Ein neues Material mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten. Das Beste aus zwei Welten Twincent ist perfekt für die Verwendung im Außenbereich. Unser Twincent Programm umfasst Twincent Majestic Massive Pro Dabei handelt es sich um 360 Grad ummantelte CVPC Terrassendielen, die besonders fleckenunempfindlich sind. Diese sind beidseitig verwendbar. Eine Seite mit Rillen und die andere Seite mit glatter Oberfläche. Eine zweite Variante ist Twincent Character Massive. Dabei handelt es sich um reine WPC Terrassendielen, die eher natürlich wirken und ideal für Rundungen sind. Auch diese sind beidseitig verwendbar. Eine Seite mit Rillung und die andere Seite mit einer besonders feinen Rillung. Twincent Oteris Plus Dabei handelt es sich um ein tragendes System für Balkone. Dieses System hat eine bauaufsichtliche Zulassung. Hauptmerkmal dabei ist die geschlossene Fuge. Was steckt hinter dem Twincent Klick System? Mit nur drei Zubehörteilen kann die Twincent Terrasse ganz ohne Schrauben montiert werden. Wenn Sie weitere Fragen haben oder ein Angebot für Ihre Terrassenprojekte wünschen, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und berät Sie umfassend zu unseren Produkten und Service. Besuchen Sie unsere Website oder rufen Sie uns an, um mit einem unserer Experten zu sprechen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören.